Ich lerne Deutsch. Nummer 15633 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Akzeptiere die Vielfalt deiner eigenen Gefühle und lerne, sie auf gesunde Weise auszudrücken. Positives geschieht nur positiven Menschen. Ich kann viele Beispiele nennen. Kannst du mir bei der Wortwahl für meinen Aufsatz helfen? Kannst du mir bei der Wortwahl für meinen Aufsatz helfen? Kannst du mir bei der Wortwahl für meinen Aufsatz helfen? Geduld ermöglicht es, in Stresssituationen ruhig und einfühlsam zu bleiben. Nach reiflicher Überlegung stelle ich hier die Ergebnisse meiner Arbeit vor. Nach reiflicher Überlegung stelle ich hier die Ergebnisse meiner Arbeit vor. Nach reiflicher Überlegung stelle ich hier die Ergebnisse meiner Arbeit vor. Ich habe vier Scheiben Brot abgeschnitten. Das wird für uns reichen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.